Nummer 4. Dieses Dyson Modell verfügt über eine fortschrittliche Technologie, die eine bessere Steuerung über die mobile App ermöglicht, nicht nur für die Programmierung, sondern auch für die Steuerung aller Funktionen, einschließlich der Rotation. Er verfügt über zwei Filter, einen Kohle- und einen HEPA-Filter, sowie über ein Display, das die Spezifikationen der Klimaanlage anzeigt. Er gehört zur pure Cool-Linie und ist für kleine bis mittelgroße Räume geeignet. Mit einer Spannung von 20 Volt und einem geringen Verbrauch stellt dies keine nennenswerten Stromkosten dar. Er verfügt über einen Nachtmodus, um die Ruhe zu erleichtern, sowie über eine Fernsteuerung und Verwaltung des Luftreinigers über eine mobile Anwendung. Die Oberfläche ist magnetisiert, so dass die Kontrolleinheit darauf abgelegt werden kann, ohne sie zu verlieren. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Der Luftreiniger aus Metall und Kunststoff ist mit einem HEPA-Filter und der R-Multiplier-Technologie ausgestattet, um die Luftqualität und Zirkulation zu gewährleisten. Im Automatikmodus überwacht er automatisch die Raumluftqualität und passt den Luftstrom an. Sobald die Luft in Ihrem Zimmer, Ihrem Wohnzimmer oder Ihrem Büro verbessert ist, wird Ihr Luftreiniger dafür sorgen, dass dies so bleibt. Er funktioniert sowohl als Luftreiniger als auch als Ventilator und verfügt über 10 Geschwindigkeitsstufen, die seinen Funktionen entsprechen. Seine Reichweite ist gering, so dass Sie ihn nur für kleine Räume kaufen sollten. Er hat eine Leistung von 40 Watt und eine Spannung von 220 Volt. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Luftreiniger mit HEPA-Filter, der mit einer Genauigkeit von 99,95% Partikel bis zu 0,1 Mikrometer entfernt. Mit einem blattlosen, schwerelosen Gebläse an der Spitze, so dass es ohne Risiko gekippt oder gedreht werden kann. Wie bei allen Dyson-Produkten wurde auch hier auf Sicherheit geachtet. Dieser Luftreiniger zeichnet sich dadurch aus, dass er 99,95% der Allergene und Schadstoffe entfernen kann. Es handelt sich um einen Luftreiniger mit einem Gebläse mit einem Luftdurchsatz von 414 Litern pro Sekunde, der den Raum kühlt, während er die Luft reinigt und mit 10 Geschwindigkeitsstufen, die Sie nach Ihren Wünschen einstellen können. Er ist für einen einzelnen kleinen bis mittelgroßen Raum ausgelegt und hat eine Ausgangsleistung von 56 Watt. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Es handelt sich um einen intelligenten Luftreiniger mit einem HEPA-Filter, der die Filtration von 99,95% der Luftschadstoffe garantiert. Es ist ein ideales Modell für kühle Klimazonen, ohne sehr hohe Wärmespitzen. Er verfügt über einen automatischen Modus, der die Luftqualität erkennt und sich an die Umgebung anpasst. Dieser Luftreiniger aus der Hot Plus Cool Linie verfügt über eine Gebläse und eine Heizfunktion mit 10 Geschwindigkeitsstufen für maximale Präzision. Er verfügt über die Air Multiplier-Technologie, die einen ununterbrochenen Luftstrom garantiert. Dieses Modell ist vorzugsweise für kleine und mittelgroße Räume von etwa 15 Quadratmetern gedacht, ideal für das Schlafzimmer. Er hat eine Leistung von 2000 Watt und eine Spannung von 230 Volt und verfügt über eine Energieeffizienzklasse A. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017